In meinen letzten beiden Videos, die ich auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen habe, hatte ich ja die Auffahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße präsentiert. Ich hatte also meine Action-Cam vorne im Auto und habe die komplette Auffahrt gefilmt und selbst da hat man ja schon gesehen, welche unglaublich tollen Eindrücke man dort oben gewinnen kann. Und wir hatten zusammen mit einigen Fotografen-Kollegen direkt dort oben eine kleine Hütte angemietet und das Tolle war, wenn man an der Hütte am Hinterausgang rausging, bot sich einem dieser gewaltige Anblick und das alleine war natürlich schon grandios. Und so lag es natürlich auf der Hand, dass wir dort eine kleine Tour machen wollten. Auf dieser Tour konnte ich allerdings nicht so filmen, wie ich es sonst immer mache. Ich habe dafür aber sehr, sehr viele Fotos erstellt und zwei dieser Fotos hatte ich auch mal bei Facebook hochgeladen und die kamen unheimlich gut bei den Leuten an. Also die haben zusammen fast 500 Likes bekommen und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine Art kleine Dia-Show. Also das wird jetzt kein allzu langer Film werden, aber in dieser Dia-Show möchte ich euch mal eine dieser Touren vorstellen, die wir dort gemacht haben. Und ich kann euch versprechen, die Tour war wirklich unglaublich schön, sehr abwechslungsreich, eigentlich recht leicht. Es gab zwei Passagen, die etwas anstrengender waren, aber generell ist es wirklich eine absolut sehenswerte Tour. Und wenn ihr mal dort oben seid, dann möchtet ihr vielleicht auch diese Tour machen. Zum Anfang habe ich hier mal ein Panorama erstellt. Da kann ich am besten darauf erklären, wie der ganze Weg ging. Hier oben sieht man also noch die Großglockner Straße. Von dort aus kam man zu unserer Unterkunft, dem Glockner Haus. Und wenn man diese Straße immer weiterfahren würde, würde man auf die Kaiser Franz Josef Höhe kommen. Nur damit ihr wisst, von wo aus ich das Foto ungefähr aufgenommen habe. Also wie gesagt, hier hinter mir, wo ich gestanden habe, stand das Glockner Haus. Und wir sind dann hier gestartet. Also durch dieses kleine Holztürchen durch. Dann ging es hier über mehrere kleine Serpentinen ein ganzes Stück bergab. Ich meine, man sieht es ja, hier ist der Abhang schon. Und wir mussten da unten zu diesem Stau sehen. Der Weg war aber jetzt nicht besonders anstrengend. Man musste halt nur trittsicher sein, damit man nicht wegrutscht. Und am Tag vorher hat es noch geregnet. Deswegen musste man da schon aufpassen. Das sollte man aber generell, wenn man irgendwo ab- oder aufsteigt. Unten am Stausee angekommen, ging man erst hier unten am Ufer entlang. Und jetzt hier an dieser Stelle, da ist so ein kleiner Felsversprung. Und direkt dahinter wäre die erste Talsperre zu sehen. Also hier gibt es insgesamt zwei Talsperren. Eine versteckt sich jetzt hier. Da geht man dann drüber. Geht über die zweite Talsperre drüber. Und dann geht es hier hinten um den See herum weiter. Und dann muss man hier diesen Berg hochsteigen. Der Berg ist nicht besonders hoch. Aber er ist anspruchsvoll. Er ist ziemlich steil. Und man muss da also schon zwei, dreimal ordentlich durchschnaufen, bis dass man oben ist. Also nur für dieses kleine Stück hier haben wir ungefähr 20 Minuten gebraucht. Oben angekommen, geht es dann hier hinter dem Berg weiter. Hier ist ein kleiner Stausee zu sehen. Und dort hinten versteckt sich so ein Wasserfall, der quasi diese Schlucht hier gebildet hat. Das Ganze ist übrigens ein Überrest vom Gletscher. Das heißt, vor etwa 100 Jahren war hier wirklich noch alles Eis und Schnee bedeckt. Und der Gletscher, der zieht sich von Jahr zu Jahr immer etwas weiter zurück. Und hier oben, ungefähr an dieser Stelle, stand ein Schild. Etwa zweieinhalb Stunden bis zum Gletscher. Aber dieses Schild ist wahrscheinlich schon etwas älter. Und dadurch, dass sich der Gletscher immer weiter zurückzieht, braucht man schon etwas mehr als diese zweieinhalb Stunden. Also es ist jetzt nicht brutal viel mehr. Wir haben ungefähr drei, dreieinviertel Stunden gebraucht. Auf jeden Fall geht es dann hier oben innen an diesem kleinen Stausee vorbei. Und dort, wo der Wasserfall ist, hängt so eine kleine Hängebrücke. Die ist nur 10 Meter lang, aber ist trotzdem sehr schön anzuschauen. Und dann geht man hier hinter diesem großen Berg, geht man immer weiter, immer weiter. Und hier hinten wäre dann der Gletscher zu sehen. Das sieht man jetzt hier auf diesem Foto leider nicht. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Fotos gemacht. Insgesamt sind es etwa 100 Fotos, die ich euch in diesem Film präsentieren möchte. Und das Ganze werde ich natürlich schön dokumentieren, damit das auch wirklich interessant wird. Und wie gesagt, wenn ihr mal dort oben seid und ihr körperlich fit seid, dann würde ich euch wirklich diese Tour empfehlen. Ihr braucht diesen Weg übrigens nicht wieder komplett zurück zu gehen. Denn hier hinten ist eine kleine Seilbahn. Und dann wird man hier hochgefahren zur Kaiser Franz Josefs Höhe. Von dort aus könnte man dann beispielsweise mit dem Bus wieder runterfahren. Oder falls man mit zwei Autos unterwegs ist, packt man ein Auto dort oben und fährt dann wieder zurück zum Startpunkt, geht den ganzen Weg. Und von oben fährt man dann mit dem Auto wieder runter, um das andere Auto abzuholen. So haben wir das bei unserem Fotografen-Treffen gemacht. Ich muss aber gleich dazu sagen, hier hinten, wo die Seilbahn ist, wenn man den Weg bis zum Gletscher gegangen ist, von wo aus man dann die Seilbahn überhaupt erst erreichen kann, geht es ziemlich viele Stufen hinauf. Also ich habe sie jetzt nicht alle gezählt, aber ich kam mir vor, wie im Kölner Dom so unendlich viele Stufen. Und wer mal im Kölner Dom ist, der hat ungefähr eine Vorstellung, wie hoch es da ist. Also die Treppen, die haben uns wirklich ordentlich gefordert, weil wir natürlich auch alle unsere Fotorucksäcke dabei hatten. Und in denen variiert das Gewicht zwischen, ich sag mal, 5 Kilo bis hin zu wahrscheinlich 30 Kilo oder so. Also es hat einige wirklich unglaublich gefordert. Und das sollte man wissen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, also nicht allzu viel Gepäck mitschleppen. In diesem Sinne wünsche ich euch heute viel Spaß bei diesem Video. Und falls euch das Video gefallen sollte, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, damit ihr zukünftig keine weiteren Videos mehr verpassen werdet. Viel Spaß wünscht euch Toni. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass jedes Bild nur 5 Sekunden angezeigt wird, weil sonst würde sich das Ganze zu sehr in die Länge ziehen. Aber das macht es mir natürlich sehr schwierig, immer speziell zu einem Bild etwas zu sagen. Deshalb lasse ich jetzt die Bilder einfach mal auf euch wirken und erzähle so ein bisschen nebenher und versuche trotzdem nicht den Faden zu verlieren von der ganzen Tour. Wir sind recht früh gestartet, es war ca. 9.30 Uhr. Es war noch ein wenig bewölkt und ein wenig frisch. Aber das Tolle war halt, als wir unten an den Seen angekommen waren, zog so langsam die Wolkendecke auf. Es wurde klarer und es kam auch etwas die Sonne heraus. Auch wenn jetzt gerade auf dem Bild der Gipfel noch total mit Wolken bedeckt war. Wie gesagt, später bei den Bildern wurde es dann interessanter, weil eben die Wolkendecke weg war. Und jetzt gerade hier bei dem Bild sieht man zum Beispiel, dass wir auf der Staumauer stehen und von dort runter fotografieren, in diesen Graben rein. Der ganze Steinschutt, der dort liegt, der wird immer wieder aufgerieben, wenn halt das Wasser da durchläuft. Und was man hier super sehen kann, ist diese leichte Spiegelung schon im Wasser. Jetzt fällt mir gerade ein, ich war übrigens mit insgesamt drei Kameras unterwegs, wobei die Fotos von der Diashow jetzt von zwei Kameras sind. Denn die Fotos von der Infrarot-Kamera habe ich jetzt einfach mal weggelassen, damit es nicht zu durcheinander wird. Aber auch wenn ich nur mit zwei Kameras gearbeitet habe, kommt es leider immer wieder mal vor, dass ich mit der einen Kamera Bilder zeige. Und dann aber von der anderen Kamera wieder ein Bild gezeigt wird, was bereits vorher da war. Also, dass sich da manche Bildabschnitte doppelt zeigen. Jetzt gerade hat man gesehen, diesen Blick zurück Richtung Hütte. Und was uns auch besonders gefiel, war diese unglaubliche Farbenvielfalt. Also mit braunem Moos, mit grünem Moos, die Steine zwischendurch. Man erinnerte sich wirklich so ein wenig an diese schottischen Highlands. Hier sieht man ganz im Hintergrund auf dem Berg links diese Straße, die dort hinauf führt. Moment, das ist übrigens das Glocknerhaus, von wo aus wir gestartet sind. Und was ich gerade sagen wollte, hier sieht man das auch nochmal, die Straße, die dort oben an dem Berg ist, die führt zu dieser Kaiser Franz Josefs Höhe. Und hier sieht man das auch nochmal etwas größer, dieser Tunnelabschnitt, bevor man dann bei der Kaiser Franz Josefs Höhe ankommt. Und wir sind immer noch bei der ersten Kehre hinter den Stauseen. Also wenn ihr euch ein wenig an das Bild erinnern könnt, was ich vorhin gezeigt hatte, dieses Panorama, wo ich drauf rumgemalt habe. Wir sind jetzt bereits abgestiegen, über die beiden Staudämme gegangen und stehen jetzt in der ersten Kurve bei den Stauseen. Und direkt hiernach kommt dann dieser leichte Aufstieg. Hier hatte ich ein, ich weiß nicht, ob es ein zerfallenes Haus ist oder ob da jemand im Vorbeigehen, ob das für Wanderer ist, die da einfach Steine aufeinander gestapelt haben. Da müsste ich mich auch nochmal genau informieren. Aber wir haben zwei dieser großen Steinhaufen gesehen. Und ich werde mich da auf jeden Fall nochmal schlau machen, weil mich das persönlich auch interessiert, was genau der Hintergrund für diese Aufsteinungen sind. Und hier sieht man jetzt mal wunderschön beide Staumauern, beziehungsweise beide Talsperren. Weil ja die eine von oben, vom Glocknerhaus aus, nicht zu sehen war. Die war ja immer so verdeckt. Und hätte da oben keine Infotafel gestanden, dass es da überhaupt zwei Talsperren gibt, wären wir völlig überrascht gewesen, als wir dann unten standen. Hier waren jetzt gerade mal wieder diese Steinmenschen zu sehen, die man ja mittlerweile überall sieht. Und hier sind wir bereits an dem oberen Stausee, diesem wesentlich kleineren Stausee. Und nach hinten ging der Blick schon Richtung Gletscher. Hier sieht man das jetzt auch nochmal wunderbar. Und hier erkennt man auch sehr stark, wie weit der Gletscher schon zurückgegangen ist. Ich warte jetzt mal kurz, weil möglicherweise kommt jetzt gleich nochmal ein Bild, wo man dann rechts diese Seilbahn sieht. Auch hier, man sieht sehr stark diese Verlandung dieser Stauseen, weil einfach sehr, sehr wenig Wasser drin ist. Gut, ich muss sagen, der Sommer war jetzt dieses Jahr auch wirklich unglaublich heiß. Und der ganze Schnee, der ist ja schon größtenteils abgeschmolzen. Deswegen sind die Gletscher vielleicht dieses Jahr auch nochmal etwas weiter zurückgegangen, als wie sie es normalerweise sind. Im Winter ist die Großglockner-Hochalpenstraße ja nicht befahrbar. Das heißt, man kann im Winter nicht da drauf fahren. Hier ist übrigens diese kleine Hängebrücke zu sehen. Und das ist der Wasserfall, der diese kleine Schlucht zwischen dem oberen Stausee und den beiden unteren Stauseen gebildet hat. Und um nochmal zurückzukommen. Im Winter ist die Straße hier oder oben nicht befahrbar. Und wenn da alles voller Schnee ist, ändert sich natürlich die ganze Charakteristik dieser Landschaft dort. Jetzt haben wir gerade oben mal diese Kaiser-Franziosenshöhe gesehen. Und das war auch das Ziel, wo man mit der Seilbahn hinauffahren kann. Allerdings, wie gesagt, bevor man bei der Abfahrtstation ist, dieser Talstation dieser Seilbahn, muss man wirklich zahlreiche Treppen hochgehen. Und die waren wirklich nochmal anstrengend. Hier sieht man das auch wieder wunderschön. Der Himmel, der wurde nicht ganz wolkenfrei, aber sehr, sehr klar. Und das Wasser dort war wirklich spiegelglatt. Das konnte man dann natürlich wunderbar fotografisch einsetzen. Was ich auch mehrfach getan habe. Hier erkennt man es sehr gut auf diesem Bild. Die ganzen kleinen Rinnenseele, die dort herunterlaufen. Der Schnee schmolz also an diesem Tag wie ein Weltmeister. Möglicherweise gab es da oben auch natürliche Quellen, die das noch etwas stärker angetrieben haben. Aber trotzdem war es schon sehr beeindruckend, wenn man sah, wie das Wasser da herunter ran. Hier sieht man jetzt einige kleine Schneefelder noch in dem Stausee drin. Und wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende dieser Diashow. Deshalb, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und möglicherweise möchtet ihr ja jetzt selber einmal diese Tour machen. Deshalb genießt auf jeden Fall die Auf- und Abfahrt bei der Großglockner Hochalpenstraße. Das alleine ist schon der Wahnsinn. Und solltet ihr da oben sein, kehrt ruhig in eine der Hütten ein. Speist dort etwas. Das ist immer gut. Die Hüttenwirte freuen sich darüber. Und macht diese Tour. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal.